9 Uhr. Und? Wie viel Grad? Geschätzt? 40 Grad. Also ich bin ehrlich gesagt froh, nicht laufen zu müssen, sondern hier im Halbschatten des Autos zu sitzen. Wobei mir die Sonne auch durchs Fenster reinscheint, durchs Offene und ich mir schon mit Tüchern was zugehängt habe. Aber es ist unglaublich. Und wir sind ganz allein. Ab und zu kommt man mal an einem Brunnen vorbei, eben sind wir an ein paar Eseln vorbeigekommen. Und sonst ist hier nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da oben ist auch nichts. Da ist mein Mann. Und sonst ist ja nichts.